Das Spiel ist zugunsten Lea. Das Spiel alle für Lea heißt heute Abend. Wir machen die Charity und wir sammeln heute nochmal für die Tour. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020